ARD Text im Auftrag von Funk 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 okay jetzt hast du story mission jetzt kommen gegner horden die wir abwehren müssen ja ich merke schon ich hab grad vorne welche ja ich was sehen würde da kommt einer wo bist du weiß ich schon ich bin gleich da ich bin da wiederbelebt dankeschön das platz mitglied ich bin da vor uns wir schießen auf ein anderes graf oh guck mal vorn ist ein schönes auto achtung links von dir sniper den nicht ach da sehe ich ihn da kommen noch welche ja beide links von uns irgendwas liegt da vor mir hat sich erwischt bei der explosion ja ich bin gleich da ich bin gleich da ich bin jetzt schon auf dem weg da kommen noch welche oh god da kommen ganz viele ich bin jetzt schon auf dem weg da kommen noch welche das ist wenn ich aufgebe aha wie krieg ich den planwerfer typ klein ja auf dem tank schießen takedown takedown du bist auch tot ja aber ich kann mich jetzt von meinem typ noch lieber beleben lassen ja genau hinten auf dem tank schießen ach ich bin ein realist das sah aber echt nice aus was die drei autos gesprengt wurden ich habe das gerade in die aufnahme reingekriegt sehr schön das hier nachher nochmal replay nochmal angucken ok dann machen wir es nochmal weil das ist echt nice ach so die kommen jetzt schon wieder ach die kommen schon ich dachte wir müssen wieder starten ne ne oder doch glaube ich musst du ne musst du auch warum ist sie was ist jetzt hier unten ne steht sprich mit chris wie viel ist meine tarnung ist gut na guck mal an ohne waffe geht momentan nicht mein dad sagte immer solange wir aneinander glauben gibt es noch hoffen wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen kriegt die sekte uns nicht klein keine angst ich werde es nicht sentimental oder so aber wenn du jemals hilfe brauchst dann meld dich ich halte dir den rücken frei ok wir haben es wohl noch mit ablegen geschafft und aufpassen hallo hier so waffe 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 wo bist du ah da ja pink wunderschön ich wollte nur sagen du machst echt verflucht gute arbeit aber die leute für die Skate sind nicht von der Sorte die einfach so Däumchen drehen Achtung lass da Achtung lass da John wird versuchen dich mit allem aufzuhalten was er hat mit Helikoptern mit bewaffneten Konvois Shit hab ihn hab ihn da hab ihn oh hol den ich kann mal drinnen sitzen immer nicht ich kann einer schießen brauchen Du hast die Reise getroffen ja ich krieg ihn nicht die Reise getroffen die Reise schon seit sie ein Kind war ehrlich Knochenhalt und eine Klempfer Natur genau wie ihr Vater und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch retten so haha ist doch schön aber ich fahr jetzt wieder zu unserer Mission also wir haben kurz eine Nebenmission gemacht Und ich starte nochmal die neue Mission und von daher nochmal ein kurzer Cut.